Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich mal wieder ein schnelles Rezept eines Klassikers für euch. Denn nach den vielen aufwändigen Quacksahnetorten muss man wieder was einfaches her. Und was passt da besser als ein Zitronenkuchen? Doch bevor wir anfangen, abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Kuchen braucht ihr 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, vier Eier, 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Zitrone, einen Teelöffel Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Als Erste schlage ich die Butter mit dem Zucker cremig. In die Butterzuckermasse rühre ich die Eier einzeln unter. Am besten rühre die Eier jeweils 30 Sekunden, bevor das nächste Ei dazu gibt. Wenn die Eier miteinander verrührt sind, kommt etwa ein Teelöffel Vanilleextrakt dazu. Als nächstes vermische ich das Backpulver mit dem Mehl und gebe es hier rein. Dann kommt das Salz dazu und der Abrieb einer halben Bio-Zitrone. Und zum Schluss gebe ich noch den Saft der Zitrone dazu. Der fertige Teig. Komm nun in meine gefettete und mit Mehl bestäubte 30er Kastenform. Nachdem ich den Teig glatt gestrichen habe, backe ich den Kuchen für 50 bis 60 Nuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Nach 20 Minuten machen wir mit dem Backen erstmal eine kleine Pause. Damit der Kuchen beim Backen nicht unkontrolliert einreißt, schneide ich ihn in der Mitte ein. Und dann kommt er wieder in den Ofen, um fertig zu backen. Mein Kuchen ist durchgebacken und abgekühlt, so dass ich jetzt den Zuckerguss zubereiten kann. Und dafür brauche ich 150 Gramm Bruderzucker und etwas verdünnten Zitronensaft. Man kann natürlich auch nur Wasser nehmen oder reinen Zitronensaft. Den angerührten Zuckerguss verteile ich nun auf dem Kuchen. So, jetzt muss der Zuckerguss noch trocknen und dann können wir den Kuchen anschneiden. Und jetzt geht's los. Und so sieht er von innen aus. Also dieser Kuchen hier ist wirklich locker, leicht und fluffig und schmeckt richtig schön nach Zitrone. Wenn ihr den Kuchen jetzt nachbacken wollt, dann findet ihr das Rezept immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben, abonniert noch schnell meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!